Mit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 eskalierte der Konflikt im Nahen Osten erneut. Die Bilder und Berichter darüber weckten Emotionen und führten weltweit zu Spaltung. Gerade weil die Fronten zwischen Israel-Befürwortern und Pro-Palästinensern so unversöhnlich scheinen, kommen in dieser Sendung Politiker, Journalisten und Generäle zu Wort. Ihre Aussagen zeigen nicht nur Ungereimtheiten auf, sie weisen auch auf mögliche tiefere Ziele im aktuellen Konflikt hin. Wer hat ein Interesse, Menschen unterschiedlicher Überzeugungen als Schutzschild für menschenverachtende Kriegspläne zu missbrauchen? 1. Ungereimtheiten Wie die israelische Journalistin Efra Fenixon berichtet, hat Israel einen hochmodernen, gut trainierten Militärapparat und verfügt über die weitreichendsten Geheimdienste weltweit. Die Grenze zu Gaza ist mit modernsten Techniken gesichert, wo jede Taube oder Storch sofort alle Kräfte alarmiert. Trotzdem gelang es der Hamas, am 7. Oktober 2023 die Zäune zu durchbrechen, offen auf der Straße bis in israelische Dörfer vorzudringen und das ganze sechs Stunden ohne eine israelische Reaktion. Zudem wunderten sich kritische Beobachter gleich nach dem Angriff, dass die hochgerüstete israelische Armee kurz vorher von der Grenze zum Gazastreifen abgezogen wurde. Dies, obwohl Israel laut BBC schon drei Tage zuvor von Ägypten vor solch einem Ereignis gewarnt wurde. Sehr merkwürdig ist auch die Abreise des israelischen Regierungschefs direkt nach Kriegsausbruch in die USA. Gleich nach seinem Besuch begannen die USA, Großbritannien und andere NATO-Mitgliedstaaten massiv flotten und Militärflugzeuge im östlichen Mittelmeer und im persischen Golf zu sammeln. Dies deutet eher auf die Vorbereitung eines umfassenden regionalen Krieges hin, als lediglich Israel gegen die Hamas zu unterstützen. Aufgrund der vielen Ungereimtheiten stellt sich die Frage, ob es sogar sein könnte, dass die israelische Armee diesen Angriff gezielt in Kauf genommen hat? Oder wurde die Hamas sogar instrumentalisiert? Der ehemalige israelische General Yitzhak Segev sagte gegenüber der New York Times, dass Israel bereits seit den 1970er Jahren die Hamas mit Geld versorgt hat. Ron Paul, amerikanischer Präsidentschaftskandidat und Avner Cohen, ehemaliger israelischer Regierungsbeamter, bezeichnen die Hamas sogar als Schöpfung Israels. Besonders brisant, 2010 veröffentlichte Wikileaks ein eigentlich geheimes Schreiben des israelischen Geheimdienst-Chefs Amos Yadlin. Dieser schrieb im Juni 2007 an den US-Botschafter Richard Jones, dass er sehr glücklich wäre, wenn die Hamas eine Regierung im Gazastreifen bilden würde. Wenige Stunden nach diesem Schreiben begann die Bildung der Regierung durch die Hamas. Damit hatte Israels Geheimdienst allem Anschein nach das Ziel erreicht, dass der Gazastreifen zu einer feindlichen Einheit erklärt werden konnte. Nimmt man diese Fakten zusammen, stellt sich die Frage, inwieweit beide Seiten von geopolitischen Kräften beeinflusst werden. Interessant ist dabei nun die Frage nach den tiefer liegenden Zielen. Zweitens, tiefer liegende Ziele. Laut Salman Rafi Shaik, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen Pakistans, ist es für die USA von entscheidender Bedeutung, diesen Nahen Osten zum Scheitern zu bringen. Nur so könnte verhindert werden, dass er zu einem wichtigen Verbündeten Chinas und Russlands sowie den anderen BRICS-Staaten wird. Ein militärischer Konflikt mit dem Iran würde die Politik des neuen Nahen Ostens um Jahrzehnte zurückwerfen. Darauf weist auch der deutsche Journalist Dr. Milos Matuszek hin. Es gibt offensichtliche Interessenlagen im Nahen Osten. Ein Konflikt in dieser Region hat sofort Bedeutung für die ganze Welt. Sagen wir es, wie es ist. Chaos im Nahen Osten nützt gerade am ehesten dem wankenden Hegemon USA. Auch geopolitisch ist diese Situation äußerst brisant. Denn bereits 2001 gab es amerikanische Kriegspläne für den Nahen Osten. So erfuhr der ehemalige NATO-Oberbefehlshaber Wesley Clark von einem General im Pentagon bereits wenige Wochen nach dem Anschlägen vom 11. September 2001 von konkreten Angriffsplänen. In den kommenden fünf Jahren wollten die USA sieben souveräne Staaten angreifen. Zuerst den Irak, gefolgt von Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und letztlich den Iran. In fast all diesen Ländern herrscht inzwischen Chaos und Zerstörung. Außer dem Iran. Den Grund für einen Krieg gegen den Iran könnte nun ausgerechnet die Hamas liefern. So sagte auch der ehemalige französische Ministerpräsident Dominique de Villepin Ende Oktober 2023 gegenüber France-Info. Von der Hamas werden wir zum Iran übergehen. Vom Iran werden wir zu anderen Zielen übergehen. Und wir kommen dann in die Logik eines Kampfes der Kulturen. Dass es für dieses Ziel bereits vor 1900 schon Pläne gab, zeigt ein Brief von Albert Pike. Pike, ein Hochgradfreimaurer vom 33. Grad und Satanist, schrieb 1891 einen Brief an den Illuminaten Schuiseppe Mazzini. Die Welt wird drei Weltkriege erleben. Der erste soll den Zaren in Russland vernichten und den Kommunismus aufbauen. Der zweite soll den Nationalsozialismus zerschlagen und den Zionismus so sehr stärken, dass ein Staat Israel entsteht. Nachdem die zwei Weltkriege bereits stattgefunden haben, soll der dritte Weltkrieg zwischen Zionisten und Palästinensern beginnen und zu einer allumfänglichen Zerstörung führen. Speziell die Regierungen und Religionen sollen sich gegenseitig so sehr aufreiben, dass am Ende nur eine Weltregierung unter Führung des Satanismus übrig bleibt. Drittens Zusammenfassung Der dänische Filmemacher David Sorensen fasst das, was sich gerade vor den Augen der Welt abspielt, so zusammen. Im Grunde genommen ist dies ein Krieg zwischen dem tiefen Staat und der gesamten Menschheit. Und sowohl das israelische als auch das palästinensische Volk sind die Opfer dieses Krieges. Wir werden alle von einer sehr mächtigen und sehr gerissenen Gruppe von Menschen getäuscht, die hinter den Kulissen agieren und die Fäden ziehen. Dr. Milos Matuszek Wer jetzt die rhetorischen Geschütze aufmunitioniert, egal auf welcher Seite, sollte nicht vergessen, dass dieser Konflikt in einen Dritten Weltkrieg münden kann, mit mehreren Atommächten am Spieltisch und der Weltbevölkerung als Einsatz. Helfen Sie mit, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für diese tiefer liegenden Zusammenhänge zu schaffen. Denn vielleicht wäre es gut, wenn die Weltöffentlichkeit diesmal vorab schlauer ist als hinterher.